Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Rückblick zum Vier-Grund-Swiss-Turnier in Riga Lettland, wo wir ja fünf deutsche Teilnehmerinnen am Start haben. Und ja, wir sind bereits beim Rückblick der achten Runde und leider ist uns gestern die Analyse durch technische Probleme abhandengekommen. Das Video hatten ja einige von euch schon online gesehen, allerdings ohne Ton. Und das ist hoffentlich heute behoben und es gibt keine Probleme. Von daher tut mir leid wegen gestern. Aber ja, wir sind wieder am Start und wir schauen uns die Ergebnisse der achten Runde an. Und wir sehen keine Niederlage. Es sah zwischenzeitlich nicht danach aus, dass wir hier einen Ergebnisüberblick haben ohne eine deutsche Niederlage. Tatsächlich viele Stellungen relativ schwierig gewesen. Und ja, durch ein paar interessante Züge und Kombinationen konnten sich dann gerade die deutschen Jungs in Remisen retten. Und wir haben einen Sieg zu vermelden. Vincent Keimer gegen Wilhelm Iwitsch. Auch eine sehr, sehr schöne Partie. Gerade im Spiel. Konnoisseure werden einen Gefallen dran finden. Und ja, wir gehen aber direkt erstmal rein in die Analyse von der Partie von Elisabeth Peetz. Denn die einzige deutsche Dame im Teilnehmerfeld hat ein grandioses Turnier. Ich hatte es gestern in der Analyse erzählt. Sie hatte ihr nach dem Interview, nach der siebten Runde erzählt. Das ist das Turnier ihres Lebens bisher. Und ja, gestern durch das Remis gegen Alexandra Kosteniuk hat sie nichts verschlechtert an dieser Aussage. Denn sie ist weiterhin auf dem alleinigen zweiten Platz. Einen Punkt hinter Lei Tang-ji. Allerdings, ja, komfortable Lage. Auch auf dem guten Weg ihre große Meisternorm. Ihre letzte Großmeisternorm. Ihr fehlt nur noch die Norm. Die Elo hatte sie ja bereits einmal erreicht im Live-Rating. Von daher, heute ja in der nächsten Runde gegen Maria Musitschuk mit den schwarzen Steinen. Denn sollte ein Remis reichen, um diese GM-Norm zu festigen. Zumindest nach meinen Informationen. Ich hoffe, ich sage da nichts Falsches. Und ja, gegen Alexandra Kosteniuk hatte Elisabeth Peetz hier die weißen Steine. Und schon früh zeichnete sich ab, dass sie hier mit einem Remis zufrieden ist. Im Spanier hat sie hier etwas verzögert. Die Abtauschvariante C6 hier gewählt. Und ja, das zeigt schon, dass sie hier nicht auf große Komplikationen aus ist. Sehr schnell auf Vereinfachungen geht. Keine zwei Züge. Später tauschten sich dann auch noch die schwarzfeldrigen Läufe ab. Das heißt, wir haben hier schon verringertes Material. Und die Stellung, ja, schob sich nach ein paar weiteren Zügen relativ schnell zusammen. Und Elisabeth ist hier kein Riesen angegangen. Hat eigentlich ganz normale Züge gemacht. Hat sich hier so aufgebaut, dass im Endeffekt schwarz hier auch kein richtiges Durchkommen hat. Die einzige Idee wäre hier tatsächlich mal irgendwie B4, C5 zu spielen. Allerdings ist es nicht so einfach durchzusetzen. Und in der Folge hier haben sich die beiden Kontrahentinnen auf eine Zugwiederholung vor dem 30. Zug geeinigt. Keine wollte hier große Risiken eingehen. Wie gesagt, eigentlich schwarz hier mit den besseren Möglichkeiten hier den Damenflügel aufzubrechen. Aber er muss da natürlich auch immer aufpassen, dass er weiß nicht, am Königsflügel gegensteuert. Also beide sahen sich jetzt hier nicht, ja, in der Not auf Sieg spielen zu müssen. Ein Remis hat beiden gereicht. Und von daher, Elisabeth Peetz wird da nicht traurig sein, dass diese Zugwiederholung so gekommen ist. Aber ja, die Stellung ist da auch relativ geschlossen und schwierig hier zu öffnen für beide Seiten. Von daher sehr gute Ausgangslage weiterhin für Elisabeth. Jetzt mit 6 aus 8, wie gesagt, einen Punkt hinter der führenden Chinesin. Allerdings noch alles drin. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf die heutige neunte Runde und drücken weiterhin viel Erfolg. Sowohl für die GM-Norm als auch vielleicht für den Lucky Punch am Ende noch das Turnier zu gewinnen. Aber auf jeden Fall eine grandiose Leistung von Elisabeth bisher. Schauen wir noch einmal kurz auf die Ergebnisse der Jungs. Und wir sehen drei Remisen. Und ich glaube, die vermutlich interessanteste Partie war die zwischen Ante Brükic und Alexander Donchenko. Alexander hier mit den schwarzen Steinen. Und aus der Eröffnung heraus sah es eigentlich danach aus, dass Alexander hier einen Vorteil sich aufgebaut hat. Ihr seht, der Balken der Engine schlägt hier sehr stark aus in die schwarze Richtung. Also Alexander hier mit einer komfortablen Lage. Diese Stellung hat sich ergeben aus einem Karukan, zwei Springer Variante und mit einem frühen Schlagen auf F3 des Läufers. Und ja, an dieser Stellung, wir sehen, der weiße Springer ist sehr, sehr passiv hier auf A1. Nimmt nicht wirklich am Spiel dran teil. Schwarz hat noch nicht rochiert. Alexander hat hier schon den H-Born und den A-Born vorgeschoben. Der weißfelderige Läufer ist im Endeffekt, ja, noch ziemlich passiv, ziemlich schlecht. Muss auch immer eigentlich auf diesen H-Born aufpassen. Also das spielt alles so in diese Evaluierung des Computers mit ein. Und natürlich hängt hier erstmal ein Bauer. Und tatsächlich ist er gierig hier, der Computer. Und es ist eine sehr interessante Variante tatsächlich. Also eine wäre tatsächlich einfach Turm C2, aber dann geht die Dame zurück und weiß hat nichts gekonnt. Einfach einen Bauern verloren. Schwarz steht gut. Und als nächstes wird hier wahrscheinlich die Rochade kommen. Und ja, Alexander hätte den Bauern gewonnen. Das heißt, Turm C2 nicht die beste Variante. Interessant wird es nach Turm B1. Man nimmt dann hier den nächsten Bauern raus. Und tatsächlich, die Variante, die ich am witzigsten fand hier. Und ihr seht es, ne, also Schwarz steht hier eigentlich super. Eine sehr, sehr interessante Variante, die ich einfach mal zeigen wollte, weil ich sie so toll fand, war hier Springer C2. Dieser Springer auf A1 ist halt wirklich zu nichts zu gebrauchen. Deshalb opfert man ihn jetzt hier, um die Dame zu fangen. Und tatsächlich kann Schwarz hier relativ simpel einfach wieder nehmen. Und obwohl die Dame hier verloren geht, nach A2, Turm A1, Turm B3, Turm C, B1. Ja, man könnte natürlich hier die Züge wiederholen mit Dame C2 und Dame B3. Möchte man aber nicht. Man steht ja hier wirklich so viel besser. Man hat so viel Material. Wie gesagt, der Läufer steht hier schlecht. Das heißt, hier kann man einfach rochieren und seine Dame opfern und sagen, hey, erstens, ich habe wunderbare Kompensationen für meine Dame. Zum Beispiel Turm B3. Und jetzt hier ist schon der beste Zug. Dame D1, um ein bisschen Druck auf B3 zu machen. A schlägt G3, Turm schlägt D8. Ja, und es geht noch ziemlich weiter mit Turm schlägt D8 und Dame schlägt D3. Aber auch hier dann kann Turm A1 kommen. Das heißt, man müsste als weißer einmal zwischenschlagen hier auf G3. Und dann Turm schlägt D1, Dame schlägt D1 und Springer G5. Und ihr seht in dieser Stellung, der Springer greift D3 an. Der D4 kann nicht geschlagen werden sofort. Denn mit Läufer C5 hätten wir hier eine Fesselung der Dame. Das heißt, das kann nicht angegriffen werden. Der Läufer, wie gesagt, spielt nicht mit in dieser Partie. Und wir haben einfach zwei Freibauern und genügend Material. Die beste Variante wäre tatsächlich hier noch Dame B1, Springer C5. Wir decken erstmal diesen Bauern. Und ja, weiß hat nichts Besseres, als Läufer B4 zu spielen, den Springer hier zu tauschen. Wir gewinnen erstmal den D3-Bauern. Und nach Läufer schlägt C5, Springer schlägt C5. Wie gesagt, wir haben zwar nur Firmen und Läufer, allerdings auch eine Menge Bauern. Hier zwei an der Zahl, die halt wichtig sind. Und zwar der und der. Der ist auch noch gedeckt. Von daher, es ist einfach sehr, sehr schlecht für Weiß. Aber das wäre eine Varianz gewesen. Ich fand die sehr, sehr interessant, weil wir diesmal wieder thementurniermäßig, wie wir es eingangs hatten, diesmal Alexander mit der Dame weniger. Und hat dafür Turm und Leichtfigur, aber eine super bombastische Stellung. Das wäre hier ein Traum gewesen. Aber Alexander hatte sich jetzt hier für 18. E5 anstellt, Dame schlägt B2 entschieden. Und im nächsten Zug hat dann Weiß den B2-Bauern gedeckt. Schwarz stand immer noch etwas angenehmer, aber in der Folge schlichen sich dann leicht Ungenauigkeiten ein. Und hier kamen wir dann im 40. Zug. Also ist ja auch Zeitkontrolle, gerade nah an der Zeitkontrolle dran. Und Alexander musste seinen letzten Zug ausführen und hat sich jetzt hier für Dame A6 entschieden. Natürlich schwierige, komplizierte Position. Bauerntechnisch ist das alles ausgeglichen, auch figurentechnisch. Aber natürlich Weiß hier mit etwas Druck am Königsflügel und Schwarz hofft drauf, den Bauern hier auf A2 zu kriegen. Das sind so die Trümpfe in der Stellung für beide Seiten. Und ja, Dame A6 war nicht der genaueste Zug. Am besten wäre hier gewesen, tatsächlich einfach G6 zu spielen. Und der Computer sieht nichts Besseres eigentlich hier als Dame B8. König G7 und schon eine Zugwiederholung. Und selbst wenn der Springer hier versucht irgendwie reinzukommen, im 41. Zug mit Springer C5 haben wir nach Dame C4 Springer D7. Es sieht gefährlicher aus, als es tatsächlich ist. Dame C7 und hier wieder nichts Besseres als Springer F6 Schach, König F8. Und ja, die Damen werden getauscht, das Material ist ausgeglichen und hier passiert nicht viel. Daher, das wäre die etwas bessere Variante gewesen. Nach Dame A6 hat Schwarz jetzt hier schon konkrete Probleme. Und die hat Ante Brickic, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, hier auch gesehen. Dame F5 droht natürlich hier mit dem Turm und der Dame auf der F-Linie direkt den Bauern zu gewinnen. Und ja, es gibt eigentlich nichts Besseres hier als König H8. Und man hätte hier als Weißer auch schon F7 nehmen können. Es kam Dame H3 Schacht, König G8, Dame F5. Einmal die Züge wiederholt. Schwarz nimmt auf G5. Und der entscheidende Fehler eigentlich. Und hier, hier gab es schon eine bessere, äh, ne, König G1 war noch der richtige Zug. Man möchte jetzt hier den Weg für den Turm freimachen nach H2. Auf A2 kann natürlich nicht genommen werden. Da wird einmal getauscht. Und danach kommt Dame C8 Schacht. Und der König hat natürlich kein Feld, wo er fliehen kann. Von daher müsste der Springer nach F8 zuziehen. Ich zeige das einmal ganz kurz auf dem Brett, damit ihr auch alle seht, was ich meine. Dame C8 Schacht und der Springer müsste zwischenziehen. Und, äh, ja. Schwarz verliert. Von daher König G1, sehr, sehr interessanter Zug, sehr guter Zug. Und es kam Springer F6. Und es war jetzt hier nach E5, Springer G8, E6, Dame D6, Dame G4. Dame G4 war hier der entscheidende Fehler eigentlich, der die Partie aus der Hand gegeben hat. Zumindestens den Sieg. Deutlich besser gewesen wäre hier Turm H2 Schacht und ist eigentlich auch schon ein forcierter Gewinnbeweis. Und ihr seht es, hier, bevor man diesen Zug macht, ist die Engine sich da nicht sicher. Aber Turm H2 tatsächlich schon ein forcierter Sieg. Denn nach Springer H6, der einzige Zug, der Springer muss dazwischen gehen, kann man den einfach rausnehmen. Dame F6 Schacht, König G8. Es ist egal, ob er jetzt nach H7 oder nach G8 geht. Dame F7 Schacht, König H8. Jetzt wird es wichtig, beziehungsweise eigentlich auch nicht, nach Dame E8 Schacht, ob der König nach G7 oder nach H7 geht. Tatsächlich beides gewonnen für Weiß. Denn man kann jetzt hier die Damen tauschen. Der Damentausch ist erzwungen. Die Dame ist ja nicht gedeckt und es ist mit Schach. Sie muss die Dame auf D7 nehmen. Der Bauer nimmt wieder. Der Bauer droht umzuwandeln. Das heißt, der einzige Zug für Schwarz ist Turm A8. Und hier nach Springer schlägt D4. Ja, hat Schwarz keine Möglichkeit mehr, diesen Bauern aufzuhalten. Zum Beispiel König F7 kommt Springer C6. Und der König kommt nicht an den Bauern ran. Oder wenn jetzt König H7 gekommen wäre, Dame D7 Schacht, Dame schlägt D7, E schlägt D7, Turm A8. Springer nimmt wieder auf D4, Turm D8 zum Beispiel, dann Springer E6. Und auch hier kommt dann eine Gabel und der Turm geht wieder verloren. Und das Bauernenspiel ist dann mit dem Meerspringer natürlich gewonnen. Aber wie gesagt, Weiß hatte sich hier für 49. Dame G4 entschieden. Und in der Folge hat er dann nicht die richtigen Züge gefunden. Und hier nach Springer H6 war dann der letzte Fehler von Alexanders Gegner. Dame nach G6. Die Dame hätte ich hier nach E4 gemusst, um den Bauern Vorstoß zu unterstützen. Nach Dame G6 ist das nicht möglich. Wir können nicht mehr E7 ziehen. Von daher konnte Alexander hier mit Turm A6 den Bauern doppelt angreifen. Es gab jetzt hier keine richtige Möglichkeit mehr, für Weiß das Ganze zu gewinnen. Nach König H2 tauschen sich hier die Damen ab. Und das Endspiel mit zwei Bauern und jeweils Springer Turm war nicht gewinnbar. Und nach 60 Zügen haben sich dann beide hier in dieser Stellung, nachdem dann der Springer hier der Turm auch noch geschlagen werden kann, auf ein Remis geeinigt. Von daher, ja, eine kleine Achterbahnfahrt bei Alexander. Er ist sehr gut gestanden, dann auf Verlust, aber letztendlich in einem fairen Remis geendet. Von daher, heute heißt es wieder angreifen. Und versuchen hier noch ein sehr, sehr gutes Resultat abzuliefern. Wir machen weiter in den Ergebnissen bei einer weiteren sehr interessanten Partie. Und zwar der von Matthias Blühbaum. Bevor wir dann Dimitri Koyas das Remis anschauen. Und letztendlich, man soll ja immer mit den besten Enden, äh, Vincent Kalmers Sieg uns anschauen. Genau. Gehen wir also in die Partie von Matthias und besser gesagt tatsächlich ins Endspiel direkt. Wir haben diese Stellung erreicht, gleichfarbige Läufer mit einem Bauern weniger. In der Eröffnung hat Matthias, äh, ja, diesen Bauern geopfert gehabt, um auf Ausgleich zu spielen, stand immer ein bisschen schlechter. Aber letztendlich ist diese Stellung hier erreicht. Und, ja, gleichfarbige Läufer, das ist immer sehr wichtig, äh, zu beachten. Und tatsächlich ein Bauern mehr für Weiß. Das Problem für Weiß ist hier, die Bauern stehen alle festgelegt am Königsflügel, auf den weißen Feldern. und man hat die falsche Farbe am Umwandlungsfeld jetzt beim Randbauern. Das kann in Fällen mal wichtig werden, wo der C4 verloren geht und der Läufer sich dann opfert für den F- und den G-Bauern und man trotzdem dafür schwarze Bauern bekommt. Äh, das ist hier in dem Fall nicht so gewesen. Aber ja, wir haben, wie gesagt, diese Stellung hier im 46. Zug erreicht und Matthias hat mit seinem nächsten Zug einen sehr, ja, schwerwiegenden Fehler begangen. Und zwar hat er hier Läufer E8 gespielt. Und wir sehen es auch an der Evaluierung, der Balken geht hier nach unten, beziehungsweise nach oben für den Weißen. Deutlich besser wäre es gewesen, den Läufer hier nach C2 zu bringen. Zum einen, wie gesagt, diese Drohung irgendwie vielleicht mal Läufer 5 oder G4 zu nehmen, aber zum anderen auch tatsächlich einfach, um diesen C-Bauern immer von hinten angreifen zu können. Also soll der König zum Beispiel nach D5 gehen, stellen wir einfach unseren Läufer nach D3. Und wenn der Weiße König hier versucht, B6 sich abzuholen, dann holen wir uns einfach den C4. Auf B6 wird geschlagen. Und wie gesagt, jetzt hier gerade in dieser Stellung nach Läufer D3, König C6 zum Beispiel. Zum einen kann man sogar noch versuchen, auf Gewinn zu spielen, aber wenn man das Remis einfach haben möchte, dann opfert man jetzt hier seinen Läufer. Okay, schlägt er 4, König schlägt er 5. Ist das Ganze dann, ja, Remis letztendlich. Der König verzieht sich hier in die Ecke, auch wenn der Computer es nicht wahrhaben möchte, aber das kann Weiß nicht mehr gewinnen, nachdem der König hier in die Ecke geht. Genau. Also von daher, Läufer C2 wäre hier der bessere Zug gewesen. Läufer E8 leider nicht ganz so gut, denn hier, wie es in der Partie weitergeht. Das Problem ist tatsächlich hier, der Läufer hat nicht mehr so viele Felder, die er kontrollieren kann. Geht er zum Beispiel nach F7, kommt Läufer C6. Der Läufer kann hier nicht mehr nach E8 gehen. Und, ja, das bringt gewisse Probleme mit sich, denn Schwarz muss bald irgendwann seinen König mal ziehen und dann hat der weiße König hier auch Bewegungsfreiheiten. Der Läufer geht nach D5, unterstützt seinen Bauern. Es kam König D5, König G3, G5 und, ja, jetzt hier nach König schlägt H3, sehen wir, ist das Ganze schon ziemlich K.O. Also, am schnellsten wäre es hier gegangen, hätte Weiß tatsächlich einfach F6 gespielt und Schwarz hat nicht viele andere Möglichkeiten, als hier zu nehmen. G schlägt F6, G schlägt F6. Läufer E8, einzige Zug, der verhindert, dass der Bauer durchzieht. Allerdings hier nach König D6 einfach kommt demnächst der Läufer nach D5 und der Schwarze H-Bauer ist einfach zu langsam. König G4, Läufer D5, H3, F7, Läufer schlägt F7, Läufer schlägt F7, H2 und Läufer D5. Und, ja, der Schwarze König ist zu weit entfernt, um genau zu sein, ein Tempo, das ist ein bisschen ärgerlich, würde er hier auf F4 stehen, wäre das Ganze vielleicht sogar noch haltbar, denn das Problem ist, nach König F4, König C6, König E3 müsste der König jetzt hier auf D4 bereits stehen, denn dann könnte man auf H1 durchziehen und sich die Dame holen und wäre dann, der weißfäldrige Läufer wäre dann dazu gezwungen, die Dame zu nehmen und dann könnte der Schwarze König auf C4 nehmen. Also ein Tempo zu langsam hier, leider. Für Matthias, das wäre halt definitiv verloren gewesen, weiß entschied sich hier aber, G6 zu spielen. Eine andere Variante, die auch noch nicht frustriert irgendwie Remi ist, aber schon die erste Ungenauigkeit. Und noch F6, G6, G7, Läufer H7, Läufer C8, Schach. Ja, sieht das auch hier schon relativ bitter aus. Der G-Bauer ist kurz vor der Umwandlung hier und tatsächlich auch hier relativ simpler Sieg wäre einfach gewesen, König C6 zu spielen, denn zum Beispiel König G3 als eine Option, man nimmt einfach auf B6, H3, C5, H2 und jetzt hier der Läuferzug nach H1 und tatsächlich kann der Schwarze Läufer nicht beide Bauern gleichzeitig aufhalten und der Weiße Läufer opfert sich gegen den H-Bauern. König F2, C6. Sieht das Ganze dann so aus. Ja, jetzt ziehen wir hier den Bauern. Können wir zum einen hier sogar schon vorziehen. Das Ganze ist verloren für Schwarz, für Matthias. Und ja, er hatte jetzt die Glück, dass Läufer C8, Schach kam, König G3, Läufer F5. Wenn der genommen wird, dann zieht natürlich der Bauer durch, darf also nicht passieren. Läufer G8, Schach, Läufer E6 wieder. geht zurück und jetzt hier dann der entscheidende Fehler nach König schlägt B6. Das war jetzt hier zu langsam, denn Läufer schlägt C4, Läufer H7, A3 und tatsächlich, wenn jetzt hier umgewandelt wird, in Dame, Läufer schlägt G8. Geht der Bauer einfach durch, kann dann umtauschen gegen den Läufer und das heißt, hier passiert dann nichts mehr. Also König B6 war der letzte, König schlägt B6 war der letzte Fehler. Richtig wäre gewesen, König D6 zu spielen. Wenn jetzt hier genommen wird, nämlich auf C4, kommt Läufer E6 und der Bauer kann nicht mehr aufgehalten werden. Das heißt, das darf nicht passieren. Und hätte jetzt Matthias hier H3 gespielt, ist noch die feine Nuance, hier geht auch Läufer E6, auch wenn es so aussieht, als wenn Schwarz zuerst durchzieht und das macht er tatsächlich auch, aber nach Läufer G8, A1, Dame und Läufer E6 kann tatsächlich Schwarz hier nicht mehr dem Bauern Durchmarsch aufhalten. Ja, und zum Beispiel Dame B1. Es wäre nochmal ein bisschen komplizierter gewesen, aber es gibt hier keine Schachs. Dame H6 zieht einfach den Bauern durch, Dame H7 zieht einfach den Bauern durch und auch das einzige Schach hier, der König geht einfach nach C7 oder nach E7 und der Bauer zieht durch und der Läufer deckt auch noch den Bauern hier. Also genügend Material für Weiß zum Gewinn. Das wäre dann tatsächlich noch die letzte Chance hier gewesen. Nicht zu kompliziert hier zu berechnen, sollte man eigentlich meinen, dass der Großmeister das gesehen hätte. Hat er aber nicht, aber ja, Glück für Matthias, dass er das Remis gehalten hat, aber natürlich auch hart erkämpft. Also Glück erkämpft man sich hier auch, das heißt immer die richtigen Varianten hier gespielt, um das ein bisschen zu verkomplizieren. Von daher, ja, Glückwunsch, dass er das hier noch Remis halten konnte. Und wir schauen kurz in die Colors-Partie rein. Hier gibt es eigentlich nicht so viel zu erzählen. Ihr könnt euch die Partien natürlich wie immer bei uns auf Chess24 anschauen. Alle Partien, alle Ergebnisse sind dort vorhanden und ready zum Nachspielen. Ihr könnt sie auch runterladen. Genau, und hier hatten wir einen Spanier und ja, Dimitri ist so ein bisschen passiv gewesen in seiner Eröffnung und dadurch konnte Schwarz hier einen sehr idealen Aufbau eigentlich hinbekommen und steht jetzt hier auch schon besser. Allerdings hat er hier nicht die optimale Fortsetzung gefunden, der Gegner. Im 30. Zug, er hätte jetzt hier Springer D3 spielen sollen, denn das Problem ist, der Läufer auf C3, der Bauer auf C3 hängt, der Läufer von G7 könnte den schlagen. Das heißt, Weiß ist eigentlich schon dazu gezwungen, hier auf D3 zu tauschen und bekommt dadurch das Läuferpaar. Wenn er jetzt hier Läufer D4 spielt, nimmt man ihn auch raus und Schwarz steht tatsächlich einfach ein bisschen angenehmer. Turm E2, Turm schlägt E2, hat schon den Bauern auf der zweiten Reihe. Hier Turm E1, Turm E8 und wir sehen, der Vorteil ist jetzt nicht riesig, aber es wäre doch eine bessere Variante gewesen, als er das in der Partie versucht hat. Denn hier ist die Aktivität definitiv tief beim Schwarzen und er hat halt den Läufer gegen den Springer und eine Bauernstruktur, die halt Vorteil für ihn ist. Schwarz weiß hat immer diese Schwäche hier auf B3, der D4 ist schwach. Klar, E2 kann hier mit König G1 angegangen werden nach König G7, König F2, König G6. Das Problem ist aber auch, sobald er hier auf E2 geschlagen wird, hängt gleichzeitig auch der Bauer hier auf G2 durch den Läufer. Also der Läufer ist definitiv hier dominant über den Springer. So der zum Beispiel hier nach C4 gehen, kommt auf einmal auch der Turm nach E4. Also es wäre schwierig geworden hier für Weiß das Ganze zu halten, allerdings in der Partie kam es anders und ja, tatsächlich ist da nicht so viel mehr passiert, was irgendwie große Schwankungen erreicht hat. Die Partie war immer ein bisschen besser für Schwarz, aber letztendlich hat man sich dann in dieser Stellung durch eine dreifache Stellungswiederholung auf Remi geeinigt im 51. Zug. Wie gesagt, also falls ihr da die genauen Nuancen euch nochmal anschauen wollt, macht das gerne bei uns auf der Plattform. Aber ja, so viel spannender war es in der Partie dann auch nicht mehr. Last but not least, die einzige Gewinnpartie am gestrigen Tage, und zwar die von Vincent Keimer gegen Wilhelm Iwitz, der ja immer für interessantes Schach bekannt ist. Und ja, hier aus der Eröffnung heraus konnte sich Vincent einen kleinen Vorteil erarbeiten. Wir sehen, es ist nichts Großes, aber das ist ja eigentlich auch immer relativ typisch, auch für Vincents Stil, sich leichte Vorteile zu erarbeiten und dann letztendlich sie zu konvertieren. Und hier in der Stellung hat Vincent jetzt mit Läufer D3 den Läuferabtausch angeboten und Wilhelm Iwitz hat ihn angenommen. Verliert dadurch aber zwangsläufig noch einen weiteren Bauern hier. Also momentan hat Weiß ja einen Bauern mehr. Schwarz könnte den einfach nehmen jetzt auf D6. Dadurch kriegt zwar Schwarz hier diesen Doppelbauern und ich kann mir auch, ich glaube, ich kann mir erklären, warum er das gemacht hat, denn Weiß bekommt dadurch natürlich hier diesen Freibauern. Aber wie gesagt, er hat kein Minusmaterial, hat dafür natürlich die zwei Bauern hier am Damenflügel. Der König ist relativ nah dran an der Bauernstruktur. Von daher, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das hier verlieren wird mit Schwarz. Denke ich, wäre etwas angenehmer gewesen, denn hier nach Läufer schlägt D3, Turm schlägt D3, Turm schlägt D6. Sieht das erstmal so aus, als hätte man die Materialverhältnisse wieder hergestellt. Aber tatsächlich nach Turm A3 ist der A7 angegriffen. Man möchte hier natürlich nicht Turm A6 spielen und die Bauern verdoppeln. Das wäre nicht so gut. Das heißt, hier nach A6 kommt dann aber Springer A5 mit der Gabel und gewinnt hier den H-Bauern. Und in der Folge hat Vincents Gegner das hier nicht so ring gespielt, denn ja, hier werden die ersten paar Türme, nachdem der Bau geschlagen wurde, genommen. Und tatsächlich Turm C1, Vincents stellt seinen Turm aktiv, möchte hier natürlich im gegnerischen Lager eindringen. Springer D5 verhindert, dass Turm C7 kommt. Entschuldigung, ich muss einmal. Ja. Genau. Verhindert, dass er Turm C7 kommt. Turm C8 Schach. Und hier tatsächlich schon fast der entscheidende Fehler. König E7 geht in die falsche Richtung. Warum geht er hier in die falsche Richtung? Also warum ist König G7 besser? In dieser Stellung sollte der schwarze König hier bei seinem Königsflügel bleiben. Die Bauern auf F7 und G5 immer ein bisschen in Beobachtung haben. Und hier versuchen quasi als Figur aktiv die Verteidigung zu übernehmen, dieser beiden Bauern. In der Folge nach König E7 war das nicht mehr so so möglich. Beziehungsweise hier nach Springer F5 Schach König D7. Hier hätte er nochmal König F6 spielen können. Was deutlich besser gewesen wäre. Entschied sich hier aber nach D7 zu gehen und wir sehen nach Turm F8 kommt hier schon die konkrete Drohung. Der F-Bauer hängt und Willemir Iwitsch hat sich jetzt hier für dieses Schach entschieden und ihr seht nach Turm D2 explodiert der Balken in Richtung von Vincent. Denn man kann hier mit E4 diesen Springer vertreiben. Steckt gleichzeitig den Springer auf F5 wodurch das Nehmen auf F7 ermöglicht wird. und nach Springer C3 Turm schlägt F7 hat man hier einen gesunden Freibau auf E4 und der beginnt auch direkt zu laufen. E5 alles was Schwarz macht hier in dieser Stellung ist schon zu langsam. Man kann auch nicht auf F2 nehmen was nochmal vielleicht eine Möglichkeit wäre. Das ist immer problematisch denn Weiß hat hier einen Abzugsschach wodurch dann der Turm auf F2 verloren ginge. Und ja hier nach Turm steckt A2 E6 Springer D5 versucht diesen Bauern aufzuhalten. Turm F8 auch nochmal eine feine Nuance hier von Vincent nicht direkt E7 zu spielen weil dann würde der König nochmal rangehen. Der hat hier aber natürlich keinen Zugriff auf diese Felder momentan deshalb mit Turm F8 wird der Bauer hier schon weiter unterstützt. Und A5 E7 Springer schlägt D7 opfert dann jetzt hier seinen Springer für diesen Bauern und ja in der Folge hat Vincent das sehr gut gespielt kriegt hier den Zugriff auf diese beiden Bauern nach Springer C3 Schwarz muss Turm B2 spielen um den Bauern zu decken da wir hier diese Gabel haben und nach Turm A8 A4 wieder eigentlich die beste Möglichkeit kann einfach Springer schlägt B5 kommen Vincent hier gesehen dass er das gewonnene Endspiel kriegt mit den zwei Mehrbauern und nach Turm schlägt A4 König E6 F3 auch nochmal wichtig dass hier nicht G4 irgendwie kommt König A5 König H3 ja und nach Turm C5 König H4 sehr sehr wichtig man dafür sollte hier nicht auf G4 rausnehmen denn das endet im Remi König H4 Tum C4 das Schach und nach F4 geht dann der G-Bauer auch noch verloren und wie gesagt wichtig ist gerade bei Turmens Spielen dass man irgendwie diese zwei verbundenen Freibauern selbst wenn man hier den G-Bauer noch gibt zum Beispiel nach Tum C2 König G4 Tum G2 man hat die beiden verbundenen Freibauern die sich immer gegenseitig decken geben auch genügend Schutz für den König und ja als nächstes schiebt man dann langsam die Bauern vor und gewinnt dieses Endspiel von daher sehr starke Leistung von Vincent sind